Musik So, nun geht's hier weiter. Ich glaub, äh... Hier hat ein Kapitel letztes Mal angefangen oder so ähnlich. Ah ja, die Käfer. Und zuletzt hab ich auch noch dieses komische Vieh getötet. Und ich hör schon Gegner. Ach, die kleinen Pissviecher. Die können mir gestohlen bleiben. Hi? Alter. Ist okay. Meie Güte. Ähm... Ja. Wollt ihr zurückkommen? Aua. Aua. Alter. Pisser. Warum hundern denn da so viele? Oh, sowas... Und warum wechselt der denn immer diesen ganzen Scheiß? Äh, was ich da mitnomme, weiß ich jetzt nicht. Egal. Ja, geh weg. Geh weg. Geh weg. Und geh auch weg. Sei tot. Alter. Ey. Scheiße. Mh. Ähm. Ja. Läuft bei mir. Äh, diese hässlichen... Hi. Sei tot. So. Mitnehmen. Hi. Das fand ich uncool von dir, Kollege. Wolltest du zurückkommen? Hi. Hallo. Stirb. Ähm. Ja. Okay. Meine Güte. Benutzen. 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 Ist ja eklig. Und du auch. Äh. Und du auch. Mann Neuer Anzug verfügbar Okay Wie war das grad komisch mit der Steuerung? Na ja gut, erstmal Das Das Anzug Oh, 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 oh Legionärsanzug Anzug wechseln Eva, N7 Arktisch, Legionär Yep Endlich mein neuer Anzug Der war farblich ganz cool eigentlich, aber Remember to suit up before handling any Hazardes Materials Okay So, hab ich irgendwelche Upgrades, die ich machen kann Zum Beispiel das Haha Haha Nein Nope 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 Aber hier könnte ich mal kurz Den ganzen Kram einlesen Plus zwei Schaden und Feuerrate Oder hab ich das falsch gesehen? So viel Altmetall wie ich habe Das ist, nee Alles habe ich falsch gesehen, oder? Zwei Wow Nehmen wir gleich mal Also das ist Ordentlich Achso, hier kann ich doch Artcraften Mit Altmetall Na, ich bin Vergesslich Ähm Objekt herstellen Braucht ich dafür nur Altmetall? Ich habe aber noch so viel Clips Ich stelle einfach noch mal ein paar her So, das reicht schon Wie viel habe ich jetzt? Äh, so viel Ja Viel Das war in meiner Vorstellung ein bisschen mehr Ähm Ja, ja 20 Clips Ja, ja, komm Auf 500 runter Das sollte Da ich Altmetall Am meisten finde In Ordnung sein Hoffe ich Wenn nicht Habe ich zu viel gewastet Egal Okay Fahrstuhl Ja Danke Danke Du-du-du-du-du-du-du Du-du-du Naja Das Zeug explodiert 100% Oder auch nicht Okay Dekontamination wird angeleitet Bitte still halten Hi Das ist das Übersetzungslabor Endlich Und das ist die Montagestation Laut der Steuerung Wir sollen einen Kodex zusammensetzen Klingt logisch Du bist gut Laut Aufzeichnungen sind wir hier Um Rosetta zusammenzusetzen Die haben sie in Stücke geschnitten? Oh mein Gott Was für ein Scheißteig Wie haben sie zerschnitten? Warum? Keine Ahnung Aber es sind schon ein paar Stücke in der Montageeinheit Ich glaube da vorne ist noch eins Wo wie Achso da Hier müsste ein Behältnis sein Das mit dem Katalogsystem des Labors verbunden ist Ja, da drüben Ähm, wo? Und Zack Und nur? Okay Mal sehen, ob ich das zur Montagestation schicken kann Moment Aber hier sind doch noch mehr Ähm Echt jetzt? Das ist doch so umständlich Mann, oh Mann So Laut Unterlagen gibt es noch vier weitere Stücke Diese wurden von Dr. Serrano aus der Liste ausgetragen Die Einrichtung hat drei Gebäude Wenn es noch weitere Stücke gibt, sind sie in einem davon In allen Wie ich Schmidt bekommen habe, waren die meisten Türen versperrt Tja, dann ist heute dein Glückstag Sieh mal, was ich gefunden habe Einen Sicherheitspass Willst du es probieren? Ähm Warum nicht? Freude Danke Super, danke Finde alles darüber heraus, wie man durch das Zusammensetzen von Rosetta einen Kodex herstellt Ich sehe mich in den Laboren um und sammle den Rest von Rosetta ein Ähm Hiermit kann ich nichts machen Äh Natürlich muss ich einmal nach da ausrunden Das ist doch Okay Hä? War hier nicht gerade Okay Einbildung Ich weiß gleich, wo die Durch die ganzen Wie viele Türen? Ach Hier kommen doch erst mal Gegner gleich Das ist mir zu still hier Keine Gegner? Beim dritten Mal müssen da Gegner kommen Offensichtlich hat diese Einrichtung drei Hauptgebäude Das, in dem wir jetzt sind, ist Biologie Dann gibt's noch eins für Paläontologie Und eins für geologische Studien Welches soll ich mir zuerst ansehen? Egal Sei nur vorsichtig Haha, warum? Meinst du da draußen könnte mich was fressen wollen? Das ist nicht witzig Ich weiß Was ist Ende? Was haben wir da hinten noch? Also Geologie Oder Eingang zum Zentralen Ich geh erstmal da Ach, nö. Ja. Echt jetzt? Ich war da echt zu nah dran. Naja, zum Glück ist hier vor der Speicherkrank. So, die Viech... Hatte ich die Viecher in diesem Teil schon mal überhaupt? Ich weiß, dass die im zweiten existierten und da hab ich die schon nicht gemacht. Das weiß ich ganz genau. Hm. Könntest du kotzen? Danke. Danke. Es sind überall eklige Wucherungen, die auch einen Teil der Durchgänge blockieren. Sind sie organisch? Hier steht nämlich, dass es ein Sterilisationssystem gibt, das bei einer Isolierungsstörung organisches Material zerstören kann. Ich seh's mir mal an. So, auch tot. Ähm, das kann man gebrauchen, das Medi-Fack kann man gebrauchen, den Halbleiter und die Munition. Gas wird freigesetzt. Fehler. Gaspumpe offline. Freude. Was haben wir da? Plus zwei nachladen, plus ein Clip. Ein Textlog. Ähm. Nein? So. Das sollte genügen. Ähm. Achso. Keine Workbench hier, also kann ich auch nicht meinen Clip einsetzen. Bis in meiner Upgrade-Platine-Dings da, Kirchens. Ihr wisst, was ich meine. Ach, nö. Hä? Ich seh die noch nicht mal. Achso. Oh Gott. Ja. Ich bin gut. Ähm. Wow. Das war eine Leistung von mir. Ähm. Benutzen. Achso. Ähm. 50. Nochmal 50. Perfekt. Das war zu erwarten. Ach, natürlich. Ja, ja. Natürlich. Von beiden Seiten hatte. Ah, das ist doch... Das ist schon wieder zum Mäusemägen. So, jetzt kommen erst mal die Viecher wieder. Die ich hoffentlich diesmal besser sehe. Oder auch nicht. Ja, ja. Geht wem anders auf den Sack. Das ist tot. Das ist tot. Und das ist auch tot. Oh, ii. Also. Allein von den Items. Die ich bekommen habe. Ist das schon mal besser. Zack. Zack. Und schnell nach da. Wie viel hält der denn aus, bis er umkippt? Ey, das ist doch... Ey, sowas hasse ich ja. Wenn man sich nicht richtig verteidigen kann, wegen so'n Quatsch. Ach so, ja, die Viecher. Hätte ich fast vergessen. Und... Alle tot. Ja. Na, jedenfalls die Ausbeute optimal. Und jetzt ist sie für den Arsch. Ja, ja, leck mich. Zack. Tschüss. Das hätte ich gerade eben machen sollen. Aber gut. Dafür ist es jetzt zu spät. Aber die Viecher kommen doch bestimmt hier oben wieder raus. Ja, ja. 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 Alter. Willst du mich verarschen, Spiel? Kann ich dein Ernst sein? Hey, so ein Quatsch regt mich ja wieder auf. Die Regulationssequenz wird eingeleitet. Ah, Freude. Weekly Duty Rooster. Mhm. Oh Gott. Sicher, dass das Gas ist? Sieht aus wie die Hölle. Ja, und jetzt soll ich da durchgehen, obwohl bestimmt noch nicht 100%... Ja, mhm. Ist okay, Game. So funktioniert das. Oh hey, Medipack, das gefällt mir. Kann ich eigentlich hier sehen, wie viel... Somat 270. Oh Mann, oh Mann. Ach so, dann fällt mir ein, ich könnte... ...doch mal... ...so einen Roboter wieder loslassen. Und dann... ...machen wir hier mal kurz auf... ...und... ...machen noch so einen Roboter. Na, die vergesse ich immer. Die, die könnten nämlich relativ viel bringen... ...wenn ich sie öfter einsetzen würde. Das sieht nicht nett aus. Ah, du wirst tot. Gut. Dr. Earl Serrano, Status Update. Ich kann mir jetzt denken, warum die Alien-Maschine unseren Codex nicht annehmen wollte. Die Anweisungen waren durch den zweiten DNA-Strang, die Anomalie, verfälscht. Heute fanden wir ein neues, makelloses und intaktes Exemplar. Seine DNA ist unverfälscht und ich hoffe, dass dies der langersehnte Durchbruch wird. Hi, du bist tot. Hä, ich wollte das Wolfram. Noch mehr Wolfram. Ach so. Ja, ja. Das muss jetzt... Uah! Nein, uncool. Ah. Tod. Kann sein, dass ich mich grad ein bisschen... ...besser angestellt habe als vorher. Irgendwas lebt da noch. Da. Nein. Das machst du nicht. Sag... Nein. Nein. Liegt hier noch irgendwo was rum? Kann ich hier noch was niedertrampeln? Was mir irgendwas gibt? Da liegt was. Munition. Hä? Hat mir nur eine der Dings... ...was gegeben? Unfair. So. Das da rein. Aktivieren. Ich habe noch ein Stück von Rosetta gefunden und schicke es dir jetzt. Welches Stück ist es? Schwierig zu sagen vom Querschnitt her, aber es ist nichts, was ich wiedererkenne. Okay, ich bereite es vor, sobald es hier ist. Gut. Haben wir schon mal ein Teil mehr. Heißt, in der Biologie sind wir... ...weicht doch nicht fertig. Aber gut, hier geht es beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, ich bin kein Dian Jones. Ich bin kein Dian» damit. Und ich bin kein Dian Jones.